Audio Adlernest, der TKKG-Podcast mit Raphael und Thomas. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier ist wieder Audio Adlernest und wenn ich sage hier ist wieder, dann sind wir wie immer zu zweit und zwar ist auf der anderen Seite der Raphael. Hi Raphael. Hallihallo. Was haben wir heute vor? Wir wollen nochmal ein kleines What-If TKKG Was-Wäre-Wenn aufnehmen und gucken, wann wir das dann veröffentlichen, so als kleinen Lückenfüller vielleicht oder als kleine Extrafolge an einem Freitag. Und beim letzten Mal hatten wir hier das Thema TKKG in 40 Jahren, TKKG als Erwachsene und für heute haben wir uns was anderes ausgedacht und zwar, was wäre das? Und zwar haben wir uns überlegt, die unendliche Show von TKKG. Global Entertainment Corporation, kurz GEC, ein Medienimperium, das seine Finger in unzähligen Unterhaltungsformaten hat, ist der Produzent der TKKG-Show. GEC hat einen Ort namens Tannenfeld in einem abgelegenen Teil Deutschlands erschaffen, umgeben von einer hochtechnologischen Kuppel, die als Projektionsfläche für den simulierten Himmel und gleichzeitig als Barriere zur Außenwelt dient. Finde ich immer mega. Wie heißt das Ding in Las Vegas? The Dome? Heißt das so? The Dome oder irgendwann mit der Eye oder so? Oder The Globe? Ja, wo jetzt dann auch Konzerte stattfinden und das dann so projiziert wird, ne? U2 hat da glaube ich gespielt. Das muss richtig geil sein. Ich grätsche jetzt hier immer zwischendurch mal rein, weil ich habe das vom Raphael selber noch nicht gehört und hinterfragt dann das oder fragt dann mal was dazu oder sagt, was ich dazu denke. In dem Fall klingt das ja ein bisschen wie, ich denke mal, das läuft jetzt auf Truman Show, The Village und Under The Dome von Stephen King so ein bisschen hinaus. Das heißt, wir befinden uns... Oder von dem ist der Film. Boah. Den habe ich gesehen. Nicht gesehen? Doch, den habe ich gesehen, aber ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern, außer an Spiderpick. Beziehungsweise Spiderschwein? Ja. Spiderschwein. Oder Spiderpick, Spiderpick. Oder Spidercouchon, Spidercouchon. Il peut marcher au plafond. Ja, das ist auch super. Wenn das falsches Französisch war, hört auf mich zu korrigieren. Das war natürlich damals, glaube ich, fast das am häufigsten zitierte Element aus dem Film, Spiderpick. Ja, da kann ich mich auf jeden Fall gut dran erinnern. Und ansonsten, weiß. Das ist ein super Film. Okay, ich wollte dich nur so ein bisschen unterbrechen, eigentlich. Hinter den Kulissen von Tannenfeld herrschte eine Atmosphäre, die an einen Hochsicherheitstrakt erinnert. Überwachungskameras sind überall und die Schauspieler müssen strenge Verhaltensprotokolle befolgen. Jeder Schritt von Tim, Karl, Klösschen und Gabi wird überwacht. Jede Handlung, die zu einer Entscheidung führen kann, wird von den Drehbuchautoren vorgegeben. Die Produzenten haben sogar eine geheime Abteilung, die sich ausschließlich mit dem Entwickeln des Storylines von TKKG beschäftigt. Klingt so ein bisschen wie ein Klappentext. Ja, das stimmt. Werde ich gerade aber auch erst. Ja, teasert die große Produktion an. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die Welt, in der TKKG lebt, ist für sie eine perfekte Illusion. Die Gebäude sind täuschend echte Kulissen, die Menschen sind Schauspieler und selbst die Natur ist künstlich erschaffen. Tiere, Bäume, Straßen bis hin zur kleinsten Drohne, die als Biene getarnt ist. Die Produzenten haben nichts dem Zufall überlassen. Sie haben sogar den treuen Hund Oskar mehrfach geklont, sodass, wenn ein Oskar stirbt, ein neuer Klon seinen Platz einnimmt, ohne dass TKKG bzw. Gabi etwas merkt. Okay, das hatten wir ja in der 40 Jahre Folge tatsächlich als kleinen Witz untergebracht. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Also, wir reden hier von einer Art Truman Show um TKKG herum, ist alles inszeniert. Wie erklärst du, dass die nicht altern? Also, die kompletten Folgen, so wie wir das kennen, die sind quasi, die finden da drin statt. So ist quasi der, ja, der Aufhänger. Das verstehe ich. Genau, da komme ich jetzt zu. Zu deiner Frage komme ich jetzt gleich. Ja, okay. Eines Tages, als Karl an einem alten Computer, naheliegend, im Keller der Schule arbeitet, entdeckt er versehentlich eine versteckte Datei. Es ist ein Video, das die Wahrheit über ihr Leben enthüllt. Sie sind die Hauptdarsteller einer Reality-Show und das bereits seit über 30 Jahren. Aber wir sind doch erst 13, sagt Karl. Er teilt seine Entdeckung mit den anderen und sie beschließen, der Wahrheit auf den Grund zu gehen und ihrer Gefangenschaft zu entkommen. Sie beginnen Hinweise zu sammeln und entdecken langsam die Risse in ihrer perfekten Welt. Tatsam bemerkt, dass die Vögel immer zur gleichen Zeit singen. Klößchen findet heraus, dass das Essen in seinem Lieblingsrestaurant immer gleich schmeckt. Und Gabi erkennt, dass die Fälle, an denen sie arbeiten, zu vorhersehbar sind. Und immer gelöst werden. Und immer gelöst werden. Die Flucht aus Tannenfeld erfordert all ihren Mut und ihre Intelligenz. Sie nutzen eine große Gala, die von Klößchen organisiert wird, um die Aufmerksamkeit der Produzenten von ihnen abzulenken. Während die Gäste mit exquisiten Speisen und einem spektakulären Feuerwerk unterhalten werden, schleichen sich TKKG durch die verborgenen Servicegänge der Kuppel. Und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Genau. Als sie die Kuppel durchqueren, entdecken sie das wahre Ausmaß der Show. Sie sehen Requisiten von ihren früheren Abenteuern und treffen auf Schauspieler, die ihre Freunde und Feinde gespielt haben. Sie erfahren, dass die Produzenten Technologien eingesetzt haben, um ihr Alter zu verlangsamen und sie in einem Zustand ewiger Jugend zu halten. Was ja total verschwendet ist eigentlich an dieser Stelle. Aber das ist auch wieder typisch TKKG. Deswegen finde ich, passt es irgendwie. Ja. Schließlich erreichen sie das Kontrollzentrum in der Kuppel. Karl hackt sich in das System und öffnet ein Tor zur Außenwelt. Sie treten hinaus und finden sich in einer Welt wieder, die sie nicht kennen. Die Luft ist frischer, die Farben lebendiger und die Menschen sind echt. Die Enthüllung ihrer wahren Identität löst weltweit Schockwellen aus. Die Zuschauer sind entsetzt über die Manipulation von GEC, aber auch fasziniert von der Stärke und Entschlossenheit von TKKG. Die vier Freunde werden über Nacht zu Symbolen des Widerstands gegen die Manipulation der Medien. In der Freiheit nutzen sie ihre Berühmtheit, um auf die Gefahren der Reality-TV-Kultur aufmerksam zu machen. Sie gründen eine Stiftung, die sich für die Rechte von Reality-TV-Darstellern einsetzt und kämpfen für Transparenz und Ethik in der Unterhaltungsindustrie. Diese Geschichte von TKKG wird zu einer Legende, die noch Generationen inspirieren wird. Sie ist ein Zeugnis dafür, dass die Wahrheit mächtiger ist als jede Fiktion und dass Freiheit das höchste Gut ist, für das es sich zu kämpfen lohnt. Du merkst, ich bin ein hemmungsloser Romantiker, was Ende von Geschichten betrifft, so ein bisschen. Okay, das muss ich natürlich erstmal verdauen. Ja, jetzt stell dir vor, was da alles auch möglich ist. In dieser Welt möglich ist erstmal. Jetzt quasi bevor, das ist ja quasi jetzt, ist gerade quasi die Flucht gelungen, das ist jetzt quasi nach den ganzen Folgen, wenn man so will. Also blöderweise halt nach den ganzen Folgen, weil vorher hat Karls ja nicht die Datei gefunden. Ich würde erstmal da drin bleiben, also während der Produktion. Das heißt, Herr Glockner muss ja auch über 40 Jahre halbwegs jung gehalten werden, genau wie alle anderen, mit denen die relativ viel zu tun haben. Und das erklärt auch, warum es so wenig wiederkehrende Charaktere gibt. Genau. Denn die müssten ja allen dieses, ich sag jetzt einfach mal, da wird wahrscheinlich, denen wird ein Serum gespritzt oder so. Und die werden durch, wir wissen ja nicht genau, in welcher Zeit das jetzt spielt und welche Technik dieser GEC überhaupt zur Verfügung hat. Also wahrscheinlich überlegene Technik, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Aber das würde natürlich zu teuer werden, wenn man grundsätzlich die gleichen Charaktere immer wieder einsetzt. Deshalb sind die immer weg, nachdem TKKG einen Fall mit denen zusammengelöst hat. Genau, genau. Und das wundert TKKG aber irgendwie nicht, weil die das einfach so kennen, weil die das hinnehmen. Die sind das ja nicht anders gewohnt, von Kindheit an. Genau. Was ja auch total traurig sein kann, ne? Weil irgendwann nach, sagen wir mal, 30, 80, 70, 90 Fällen, geile Reihenfolge der Zahlen übrigens. Irgendwann erkennst du dieses Muster ja trotzdem. Es passiert immer was und dann war es das. Das ist ja dann super traurig, wenn du dich da mit jemandem ultra gut verstehst oder denjenigen magst und schon weißt, ach Mist, wenn wir den Fall gelöst haben, ist er wohl wieder weg. Und das muss für die ja innerhalb der Storyline, das kriegen wir dann nicht immer mit, muss das ja auch plausibel erklärt werden. Das heißt, die ganzen Volkers und Evis und die ziehen alle immer weg. Ich glaube aber auch, dass das gar nicht so mega auffällig ist, weil, sagen wir mal jetzt, außer Tim, die anderen, die hängen ja so ein bisschen an Tim. Das ist ja mehr so, das steuert ja irgendwie alles so ein bisschen. Und der hat ja super krass dieses Main-Character-Syndrom. Und ich glaube, deshalb fällt es auch gar nicht auf. Okay. Weil das alles immer so, er merkt das sowieso nicht, weil er da in seiner eigenen Suppe irgendwie selber kocht. Und ja, er kocht in seiner Suppe. Sein Gehirn ist ja auch einfach schon daran gewöhnt. Er wacht auf und er ist ja schon süchtig nach dem nächsten Fall. Genau, der ist ein bisschen konditioniert auch, würde ich fast schon sagen. Ja, wahrscheinlich hat er, ich stelle mir das jetzt vor wie bei der Truman Show, so eine Art Christoph, also der Regisseur, der da oben sitzt. Und quasi auf den Bildschirmen TKKG auch während des Schlafs und beim Aufwachen schon beobachtet. Und wenn Tim aufwacht, dann wird ihm schon durch irgendwelche geheimen Symbole näher gebracht. So, heute wartet wieder ein Fall auf dich. Weiß ich nicht, zufällig kriegt er immer ein Kreuzworträtsel gebracht. Jeden Tag in der Zeitung. Oder irgendwelche Dinge bei dem verändern sich so ein bisschen. Irgendwas, was ihn immer wieder darauf hinweist. Und wenn der merkt, irgendwann der Regisseur, ah, die kommen im Fall nicht weiter, dann kommt ja in den Folgen für uns irgendwann immer Kommissar Zufall ins Spiel. Aber natürlich ist das geskriptet. Damit es ein Happy End gibt, muss ja was passieren. Deshalb kommt der, sieht der, Tarzan ist unterwegs und dann sagt der im Off zu seinem Schauspieler, Ströter, du musst jetzt zur Werkstatt fahren und dein Motorrad aufladen. Tarzan ist gerade in der Nähe. Und dann wird das halt arrangiert und dann folgt Tarzan ihnen. Und die ganzen Sets und so sind dann natürlich immer schon vorbereitet. Die Leute müssen halt teilweise gucken, dass die rechtzeitig weg sind. Die dir da Dinge aufbauen und so. Das muss natürlich um die rum alles so geplant werden. Genau. Und der Hintergrund ist, dass wie ein Videospielen, dass sich das hinten immer so aufbaut, wie sie da, früher war es dieser Grafiknebel bei Nintendo. Aber da es ja quasi, ja, mehr oder weniger ein Kreis ist, läuft das ja quasi auch unter denen immer so weiter. Das war auch dieser Punkt bei den Millionendieben. Da läuft ja dann dadurch diese Requisiten der Vorgärten oder der Gärten. Und genau just in dem Moment müssen die sich natürlich laut unterhalten, damit er das direkt checkt. Ja. Sonst hätte damals quasi der Einstieg in diese ganze, das war ja mehr oder weniger der Pilot dann auch. Das hätte ja sonst gar nicht geklappt alles. Genau, also die sind da nicht aufgewachsen, wahrscheinlich nicht oder doch. Die sind irgendwann entführt worden. Oder die Eltern wahrscheinlich von TKKG, die waren Eltern, die haben ihre Kinder einfach an diese Firma verkauft. Genau, dann haben die das Gedächtnis gelöscht und quasi neu mit diesen Storys gefüttert. Die haben einen Vertrag geschlossen, sind da unfassbar reich mit geworden, sehen ihre Kinder weiterhin, aber sind natürlich, die wurden wahrscheinlich geheim gecastet sozusagen von dieser Firma. Also die haben jetzt ihre Kinder abgegeben und sehen die jetzt da jeden Tag, ist aber keine Möglichkeit mehr an die ranzukommen, weil GEC ist so mächtig. Die haben so viel Druckmittel und haben das alles abgesichert und die sind da jetzt einfach und außerdem ist das, die hat das wahrscheinlich wie die Truman Show oder Big Brother damals einfach eine monströse Einschaltquote. Auf der ganzen Welt gibt es natürlich Merchandise von denen und Tarzan-Masken und keine Ahnung, zum Geburtstag gibt es Gabi-Torten. Und Bücher werden natürlich auch in verschiedene Sprachen übersetzt. Ja, genau, gibt es also überall. Ja, das ist ja wahrscheinlich live möglich. Also es wird live ausgestrahlt und live quasi auch direkt wird es übersetzt in andere Sprachen. Genau, genau, richtig. Ja, genau. Und was aber auch ist natürlich vertraglich auch so gesichert, dass die niemals zu denen Kontakt aufnehmen dürfen und die auch niemals zurückkriegen. Ja, richtig. Und ich meine, ja, die Eltern, je nachdem wie lange die Serie weiterläuft, gibt es die Eltern ja auch quasi gar nicht mehr. Da liefen am Anfang, liefen da im Hintergrund noch so ein paar Sachen ab. Die haben natürlich versucht, die da rauszukriegen, aber wie du gerade schon gesagt hast, GEC ist so super mächtig. Ich habe jetzt extra nicht Disney geschrieben, dass die natürlich alles abgewährt haben, auch so juristischen Kram und so weiter. Und die Schauspieler, die deren Eltern spielen, also entweder, wie wir es eben gesagt haben, sind die kosmetisch operiert oder kriegen dasselbe Zeug, was TKG kriegt. Und andere Möglichkeit wäre natürlich, dass da sehr viele ähnliche Schauspieler gecastet sind und die dann im Laufe der Zeit quasi durch eine etwas jüngere Version ersetzt werden, was auch die unterschiedlichen Stimmen in den Hörspielen erklären könnte. Wenn es nämlich gar nicht, das ist nämlich die dritte Frau Sauerlich und der vierte Herr Sauerlich. Gut, weil da muss man dann irgendwie Anpassungen vornehmen im Laufe der Zeit. Und die haben auch einen K geklont, weil der ja auch irgendwann mal dann eine neue Stimme bekommen hat. Der alte Kali hat das nicht mehr vertragen, diese Verjüngung. Der hat das nicht mehr vertragen, genau, der ist dann quasi verschieden, genau. Und dann haben die den mit dem gleichen Oscar-Programm, so nennt man das da, dann quasi wieder programmiert. Ja, sehr gut, finde ich gut. Wie groß müsste so ein Areal sein, um das für TKKG, ich sag mal, unendlich wirken zu lassen? Es gibt ja Folgen, in denen die in Urlaub fahren, die sind natürlich logistisch voll das Problem, die kommen ins Flugzeug oder in ein Auto und dann setzen die die quasi auf so Schienen oder auf, wie nennt es sich das beim Fahrradfahren, auf so eine Rolle, dass das Auto fährt die ganze Zeit vor so einem Greenscreen. Die haben nur den Eindruck, die würden irgendwo hinfahren und in der Zeit bauen die die komplette Kulisse um. Ja, genau, genau. Bei meinem Flugzeug ist es ja genauso. Also es gibt ja Flugsimulatoren, da merkst du das sowieso nicht. Genau. Also dann kommt das Flugzeug dann quasi dahin und wird dann gut gerappelt und dann wird in der Zeit alles umgebaut. Ja. Das ist dann gut, wenn die in Amerika fliegen, haben sie natürlich einige Stunden Zeit, da alles aufzubauen. Genau. Aber, ähm. Ja, und so auch, die verzögern immer alles dann. Also Aufenthalt im Flughafen, das dauert alles etwas unnatürlich lang, um natürlich diese Umbauarbeiten dann genug Platz dafür zu lassen. Also im Vergleich zu dem eben angesprochenen The Dome in Las Vegas ist diese Kuppel natürlich um einiges größer. Also The Dome ist so 112 Meter hoch ungefähr, rund 160 Meter breit. Das ist natürlich ein Witz. Das ist natürlich ein Witz. Da kannst du natürlich bei beidem eine Null dranhängen. Und, äh. Ja, mindestens. Es muss ja schon die Größe einer Großstadt und Umland mindestens haben. Allein wie schnell Tim ist. Der ist ja ruckzuck sonst von einer Ecke zur anderen gesprintet oder mit dem Fahrrad gefahren. Das ist schon, also es ist ein Riesending, was schon so lange geplant war einfach. Und diese Firma hat halt eine riesige Landfläche einfach gekauft. Irgendwo in, weiß ich nicht, in Russland wahrscheinlich, wo Platz ist und keiner lebt. Also die zweite Theorie ist, dass es so eine starke, also so ein rechenstarker Computer quasi da ist, dass die Welt in Echtzeit vor denen gerendert wird. Und dann, egal in welche Richtung du dich bewegst, da wird quasi das wieder gerendert. Das heißt, wenn es einen Fehler in diesem Programm gäbe, das wäre jetzt ein zweites Szenario dafür, dann sich irgendwas aufhängt in dem Computer, kannst du so schnell rennen, dass du quasi vor diesen Simulationspunkt kommst und dann kommst du quasi da raus. In eine andere Kuppel, die auch so ungefähr so groß ist, aber du musst dir die Welt irgendwie auch darstellen können. Lustig wäre ja auch, wenn Tarzan sportlich eigentlich gar nichts kann und der das ja nur durch die anderen Schauspieler suggeriert bekommt, dass er der allergrößte, allerschnellste, allerbeste ist und es gar nicht so ist. Und dass alle quasi ihre Rollen ja sozusagen nur durch ihr Umfeld sozusagen aufgezwungen bekommen. Also sie müssen langsamer Fahrrad fahren, langsamer schwimmen, schlechter im Judo sein. Genau, ja, stimmt. Dann haben die wahrscheinlich schon den besten Judo-Car da als Gegner für den irgendwie reingesetzt, weil der weiß, wenn jemand einen Judo-Griff hat, wie man fallen muss, dass es unfassbar krass aussieht, aber sich nicht verletzt. Ja, genau. So wahrscheinlich. Genau. Also eine interessante Sache ist ja noch, in vielen Filmen und Serien ist es ja so, es gibt immer so Product-Placement-Momente. Irgendwie, was weiß ich, Coca-Cola ist ja fast überall. Ja, oder Apple. Oder Pepsi ist ja in diesen ganzen 90s-Filmen, da ist ja quasi jedem Film steht irgendwas. Oder James Bond oder Transporter, da sind ja die Autos und so weiter und so fort. Oder Uhren mittlerweile auch tatsächlich, das finde ich auch krass. Und hier ist natürlich das dauerhaft Product-Placement, ist hier natürlich die Sauerlich-Schokolade, die es tatsächlich gibt. Ja. Das ist aber eigentlich Milka, die quasi unter dem Sauerlich-Namen irgendwann mal für Discounter angefangen haben zu verkaufen. Einfach nur so mit Image-Schaden abwenden und so weiter, Diversifikation, blablabla. Und jetzt haben die das Problem, dass die Sauerlich-Schokolade durch diese Show so populär geworden ist, dass kaum noch jemand Milka kauft. Ja, verstehe. Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Schlecht geplant gewesen, würde ich sagen. Schlecht geplant gewesen. Und der Vater von Klösschen ist tatsächlich der, der damals diese Sauerlich-Sache mit ans Rennen gebracht hat. Problematisch ist halt nur, die haben nicht damit gerechnet, dass das wirklich so lange dauert. Die haben die zwar immer da wieder verjüngt, das hat aber bei dem Vater nicht so gut funktioniert. Deshalb müssen die den an einem bestimmten Punkt rausschreiben. Ja, das ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Wo wir jetzt hinüberschwenken könnten, wenn wir jetzt diesen Gedanken von TKKG als TV-Serie, TV-Show mal so im Kopf haben. Ich habe mir noch Gedanken gemacht, wenn man TKKG im Alter, also wir reden jetzt wieder von, die kommen irgendwann da vielleicht jetzt raus oder in unserer letzten Folge haben wir darüber gesprochen, als ungefähr 40 Jahre später rauskommt. Oder als eine Sache, die ungefähr 40 Jahre später passiert. Habe ich mir mal überlegt, wie könnte denn die Besetzung mit Schauspielern aussehen? Sowohl deutsche Schauspieler als auch internationale Schauspieler. Uh, okay. Und da habe ich Folgendes überlegt. Ich sage jetzt einfach mal ein paar Namen und du kannst ja vielleicht auch dann vielleicht jetzt gerade so spontan überlegen, passt das oder ob du noch andere Ideen dazu hast. Tarzan Tim. Also jetzt Deutschland. Fängst du jetzt mit Deutschland an? Nur in Deutschland, ja. Und ich rede jetzt davon, Tarzan Tim ist jetzt, ich sage jetzt einfach mal, zwischen 45 und 55, irgendwo so in dem Dreh. Okay. Ich, naheliegend, heutzutage natürlich, ich mag ihn als Schauspieler nur wirklich nicht gern, aber ich würde sagen, optisch passt er ziemlich gut und ist aktuell wahrscheinlich der erfolgreichste Schauspieler in Deutschland. Okay, dann war er. Elias M. Barek. Ja, ja. Passt. Passt. Dunkel, dunkle Haare, Frauentyp. Ich würde sagen, jetzt ohne das genau zu wissen, aber wahrscheinlich auch sportlich durchtrainiert. Stimmt. Würde ich sagen, ist eine ganz gute Besetzung. Wenn man ein bisschen mehr in die Charakterentwicklung gehen möchte und trotzdem einen Typ hat, der jetzt nicht ganz so der Frauenschwarm ist wie Elias M. Barek, aber trotzdem vom Typ passen, würde ich sagen, Moritz bleibt treu. Ja. Ja. Hat auch was. Hat auch was Verschmitztes so ein bisschen. Mhm. Fand ich ganz gut. Wenn man ein bisschen in die Sunnyboy-Richtung gehen möchte, dann hätte man vielleicht Tom Beck, ich glaube, der ist von Cobra 11 gewesen, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja. Oder auch Florian David Fitz, wobei der mich immer unfassbar an Andreas Türk erinnert. Ja, ja, stimmt. Also ich habe letztens das Signal geguckt, diese Netflix-Serie, kann ich übrigens nicht empfehlen. Also ganz viel Exposition, ganz, ganz wenig, was dann irgendwie dabei rumkommt. Also ich habe was völlig anderes erwartet. Aber da habe ich gedacht, das ist ja Andreas Türk, der da mitspielt. Und ich dachte, der wäre weg vom Fenster, seitdem der da eine Frau auf einer Brücke gezwungen hat und so weiter. Ja, ja, ja. Und dann habe ich noch einfach nochmal gegoogelt ein bisschen, wer könnte denn passen. Und da bin ich über Sebastian Koch gestolpert, den ich gar nicht kannte als Schauspieler. Der, finde ich, aber hat so diesen älteren Tarzan, könnte der ganz gut verkörpern. Ja, 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 klar. Und wenn wir wieder bei Elias Mbarek in die Richtung gehen. Den finde ich, glaube ich, als Herrn Glockner gut. Ah, okay. Sebastian Koch. Oh, den finde ich gut. Und vielleicht noch Fahri Yardim, wobei der vielleicht von seiner Rolle jerks ein bisschen zu, na gut, der ist ja nicht lustig per se, aber der ist, würde ich glaube ich. Aber der ist schon so, dass man dem nix abkauft, so ein bisschen. Ja, der ist so ein bisschen zu rotzig, glaube ich. Ja, ja, ja. So. Hättest du spontan noch einen anderen Tim Tarzan, oder habe ich damit jetzt alle, schaue ich gleich, die passen ab. Die finde ich schon echt gut. Also Elias Mbarek würde, also wenn wir jetzt so zeitgleichsmäßig bleiben, glaube ich, der würde am besten passen. Den finde ich dafür richtig gut. Ja, ja. Klößchen. Wenn wir einen lustigen, kräftigen Schauspieler in Deutschland wollen, der eine Rolle besetzt, auf wen bin ich da als allererstes gestoßen, Raphael? Die Topfaff. Die Topfaff. Nee. Ein lustiger, deutscher. Der laut einem anderen Podcast, den wir beide zusammen machen, ein amerikanisches Pendant hat und die stehen zusammen in wechselseitiger Beziehung. Ähm, ja. Weiß ich natürlich, wie du meinst. Und zwar Axel Stein. Natürlich. Natürlich. Aber passt. Passt aber. Finde ich wirklich passt. Wobei ich finde, Axel Stein hat nicht dieses gutherzige. Nee, das stimmt. Sehe ich eben nicht so. Ja, das ist aber auch nur so, weil du den aus verschiedenen Filmen kennst. Ja, also nicht privat. Ich rede nur von den Rollen. Nee, nee, nee. Das ist klar. Aber von den Rollen her, stimmt, kauft man ihm, glaube ich, die Nettigkeit nicht ab. Und dann bin ich noch Richtung Comedian unterwegs gewesen. Ich habe einfach geguckt, so gibt es irgendwie kräftige Leute. So Dirk Bach ist natürlich zu alt, außer er ist natürlich mittlerweile schon tot. Und die ganzen. Ja, ja. Und die Gita Pfaff auch. Ich bin wieder bei Kristall gelandet. Ja, oh Gott. Figurmäßig. Und ich glaube, der ist auch relativ klein. Und ich glaube, der könnte das. Aber ich habe dann ein bisschen in so eine unkonventionellere Richtung gedacht. Und habe dann gedacht an Bjarne Mädel. Okay, ja. So. Als Klößchen? Als Klößchen, ja. Also Klößchen muss ja nicht immer noch der Klößchen. Kleine, dicke sein. Aber so ein gutherziger Typ. Und ich finde, Bjarne Mädel ist einer, dem würde ich das abkaufen. Ja, schon. Und als Letzten habe ich mir hier aufgeschrieben, Christian Ulmen. Na, den finde ich. Der ist sehr wandelbar. Ja, das stimmt. Ja, da gab es ja mal diese Show da von ihm mit dem Schwieger. Ich kann jedem empfehlen, die Serie Mein neuer Freund. Ja, mein neuer Freund. Hast du es gesehen? Ja, ja, klar. Ja, ja. Nicht alles, aber das ist unfassbar schlimm auszuhalten. Also wenn du da nochmal drüber stolperst. Wirklich. Alle Folgen. Ich würde mir die auch sofort nochmal alle angucken. Ich finde diese Serie so. Es gibt es ja jetzt neu, glaube ich. Meine neue Freundin. Wurde jetzt nochmal aufgelegt. Irgendwie von RTL, glaube ich. Mit einer Frau. Okay. Habe ich mir gar nicht erst angeguckt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das an die Klasse von Ulmen ranreicht. Das war damals der absolute Burner. Also der hat. Das war krass einfach. Für alle, die nicht wissen, was es ist. Googelt mal. Mein neuer Freund Christian Ulmen. Also es gibt sozusagen eine Gameshow. Also einem echten Mensch wurde gesagt, wir stellen dir jemanden zur Seite und du musst mit demjenigen, ich glaube, 72 Stunden lang zusammen sein. Und darfst denjenigen vor deinen Freunden nicht leugnen. Egal was er sagt, du musst ihn in seiner Meinung bestärken und du musst ihn im Verlauf der Serie auch deinen Eltern und deinen besten Freunden vorstellen. Und Christian Ulmen schlüpft dann in verschiedene Rollen. Also in jeder Folge spielt er jemand anderen, der bei jemandem zu Hause ist. Der spielt dann den reichen Alexander von Eich oder den etwas geistig benachteiligten Uwe Wöllner oder den offensichtlich homosexuellen, wie hieß er denn da? Weiß ich nicht mehr. Also verschiedene Leute und unfassbar, wie der die Leute 72 Stunden nervt. Wie krass der ist. Also ich glaube, der kann alles spielen. Und der könnte auch ein Klößchen spielen einfach. Karl. Ja, bei Karl bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Weil ich dieses nerdige, ich habe gesucht, echt nach so Nerd-Schauspieler. Ich glaube, wir müssen ja immer davon ausgehen, Schauspieler können ja auch schauspielen. Also müssen ja nicht immer die Rollen. Und ich glaube, dass Christoph Maria Herbst das könnte. Den sehe ich eher als Rektor von dem Internat. Ja, auch gut. Fände ich super. Ich fände auch Daniel Brühl cool, weil ich den als Schauspieler total gut finde. Den kann ich mir auch gut als Karl vorstellen. Der muss ja schon hier sehr, sich zurücknehmen, sage ich mal. Sehr, sehr reduziert. Vielleicht ein Kurt Krömer. Ohne seinen Dialekt. Ja, ja, ja. Wenn er nicht zu affig abdriftet. Und wenn du mal Niki Nowotny googlest, also den Sprecher von Karl. Ich finde, der an sich passt auch gut. Der passt voll. Ja, das stimmt. Den finde ich auch gut, ja. Stimmt. Nicht so richtig. Frederik Lau sehe ich übrigens als Bösewicht bei den Sachen. Okay. So irgendwie so ein Seibold oder so. Ja. Oder auch hier Christoph Walz oder so. Kann ich mir. Gut, ich meine, das sind riesige Schauspieler. Die Christe kannst du nicht bezahlen für TKG, aber wenn ich mir so richtig. Christoph Walz als Antonio Borello. Super geil. Zum Beispiel. Italienisch kann er. Ja. Wissen wir aus den Glorious Bastards. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist mein Sohn. Mein Sohn. Genau. Ja, finde ich gut. Und Gabi, gut, ich habe blonde deutsche Schauspielerin gegoogelt und natürlich kommt man nicht vorbei an Frau Ferris, aber ich möchte nicht Veronika Ferris als Gabi Glockner. Nee, 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 Heike Makatsch natürlich. Aber Heike Makatsch war für mich nie blond. Nee. Natürlich kann man die alle, also man kann die Haare färben und so. Ich habe eher Diane Kruger, also unser Export in die USA. Oh ja, 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 auch gut, auch gut. Oder vielleicht noch ein bisschen zu jung Alexander Neltl. Ja, ja, passt auch, ja. Je nachdem, welche Zeit wir nehmen, ja. Aber ich habe gegoogelt und die Frau, die ich jetzt so vom Namen her kannte, aber mit der habe ich gar nicht dieses Gesicht verbunden, aber ich finde, die passt irgendwie richtig gut, ist Maria Furtwängler. Kennst du die? Wenn nicht, google mal schnell. Maria Furtwängler? Ja. Ach ja, sicher. Weil ich finde, dass die was Elegantes hat. Und die kommt auch aus München, passt ja zum Wunsch. Die kommt aus München? Ich weiß nicht warum, aber als ich so gegoogelt habe, kamen Bilder von der und da habe ich gedacht, okay, die könnte als Besetzung, finde ich, irgendwie passen. Die hat so was Steffi Grafiges ein bisschen. Ja, so ein bisschen, ja, nur besser. Ja. Die Gräfin. Ja, stimmt. Gibt es eigentlich auch so ein Mädel da bei TKG, was so ein bisschen, jetzt muss ich vorsichtig sagen, was ich sage. Ja, nein, musst du nicht. Gibt es so ein bisschen? So ein bisschen was ist? So ein bisschen assi. Also vielleicht auch so ein bisschen eher so, ja, eher ein bisschen assi. In den späteren Folgen. Und vielleicht der auch mal irgendwie eine ballern würde oder. Also in den späteren, es gibt eine Folge, da geht es um so eine Gang, ich weiß gerade nicht, ich glaube, die heißt das, die Hand an den Sternen, da gibt es so eine Gang, die brechen so Mercedes-Sterne ab an Autos. Das ist auch das asozialste, warte mal. Und da ist, schleusen die sich in so eine Gang ein und das ist eine von den späteren Folgen, die ich mal gehört habe. Und da wäre so, da sind so ein bisschen so, ja, so Assis, so ein bisschen, die natürlich aber eigentlich einen guten Kern haben, so, ne? Ist das mehr so das, wo wir früher als Kinder Angst vor hatten, die eine Klasse über uns waren, mäßig vom Format her? Ja, hätten wir uns auf jeden Fall nicht reingetraut. Ja, weil bei diesen, bei diesen Gruppen dann, da sehe ich so ein bisschen die Tumala, muss ich sagen. Tumala. Ja, ich weiß gar nicht, kann die Mutter und Tochter. Ja, ja. Ja. Wenn wir international uns bewegen würden. Oh, jetzt wird es richtig schwierig. Und da fielen mir dann, für Tarzan ist, also da fallen einem viele ein. New Jack. Tom Hanks. Tom Hanks auf keinen Fall. New Jackman als Tarzan, bist du wahnsinnig. Klar, dunkler Typ. New Jackman. Muskulös. Der ist doch kein dunkler Typ. Wolverine. Hä? Hä? Ich rede jetzt nicht davon, dass die immer jetzt, aber ich meine ein Tom Beck oder ein Moritz Bleibtreu sind ja auch keine, haben ja auch keine dunkle Hautfarbe oder dunklere Hautfarbe. Von daher bin ich da, aber die kann man ja in die Richtung bräunen oder wie auch immer. Also, ich meine, es ist Australier, aber schwarze Haare gibt es auch nördlich der Alpen Raphael. Ja, richtig, richtig. Oder beziehungsweise südlich. Henry Cavill. Superman. Ach so, Superman, ja. Okay, das ist aber eine krasse Besetzung. Okay, das muss man ja ganz anders denken. Ben Affleck. Auch so ein bisschen die Richtung. Wobei ich, glaube ich, zwei Favoriten habe, die nicht ganz so populär sind. Und zwar Oscar Isaac. Zuletzt den sie gesehen in Dune zum Beispiel. Als Vater von Paula Triidis. Ach so, ja, ja, genau. Oh, der ist gut. Der ist gut als Tarzan. Oder Mats Mikkelsen. Ja, ich weiß, wer es ist. Hannibal hat er zum Beispiel gespielt in der Serie zu Schweigen der Lämmer, ne? Ja, der ist auch gut. Ja, den mag ich. Ja. So, das wären meine Vorschläge für Tarzan. Oh, Oscar Isaac finde ich besser als die, den finde ich richtig gut. Oscar Isaac finde ich, der passt richtig gut. Den finde ich klasse. Bei dem nerdigen, lass uns mal erst mal Jonah Hill als Klößchen machen. So, jetzt die anderen beiden. Ja, klar. Also. Das war's schon, das war's schon. Natürlich, das war's schon. Was mit Kevin James? Das wird zu klamaukig. Zu lustig? Der ist zu lustig. Also ich glaube, dann driftet das, ja, Chris Pratt ist zu dünn, der ist zu muskulös. Ja, aber die können sich ja in die, ich finde auch Matt Damon hat was. Matt Damon, ohne Scheiß, das wäre mein Karl gewesen. Weil der hat, dein Karl? Mein Karl, ja. Oh, ich hätte ihn als Klößchen eingesetzt. Weil der was so, ich finde Matt Damon strahlt immer so was gutherziges aus. Aber, das. Oder Mark Wahlberg, den mag ich persönlich nicht, aber als Schauspieler kann ich mir den auch sogar als Klößchen vorstellen. Der darf natürlich nicht so unfassbar durchtrainiert sein. Ja, ja, stimmt. Aber so, ich. Das wird schwierig. Ja. Bei Karl, Karl fand ich am allerschwierigsten. Ja. International. Ich hab Jeff Goldblum. Wobei der eigentlich zu cool ist für einen Karl. Was ist mit Adam Brody? Boah, auch zu gut aussehend. Eigentlich. Ja, stimmt, der ist zu hübsch, ne? Ja, stimmt. Was ist mit, äh... Ich hab Will Whedon noch gedacht. Was ist mit Jim Parsons? Zu jung. Also, wenn wir jetzt in 40 Jahre später sind, ist der zu jung. Ja, stimmt. Das ist doch Big Bang, ne? Ja, das ist Sheldon. Adrian Brody hatte ich noch gedacht. Ich hab dann einfach tall actors gegoogelt. Tall, skinny actors. Aber das hat mich auch nicht zum Erfolg geführt, irgendwie. Ja, Adrian Brody. Vielleicht noch der Typ von, kennst du noch, Road Trip? Der ganz dürre. Von Road Trip? Ähm, ja, der aussieht wie, äh, ja, der heißt, keine Ahnung. Ja, vielleicht wäre noch eine Idee gewesen vor seinem Ableben, Harold Ramis, also Egan Spangler als Karl. Oh, ja, ja, können auch, ja, ja. Wenn er etwas größer wäre, Rick Moranis. Ja, find ich auch gut. Ja, find ich auch gut. Gabi? Ja, das ist, boah. Also, da bin ich jetzt bei den ganz Bekannten gewesen. Okay. Michelle Pfeiffer. Ach so, so weit willst du zurückgehen? Okay, ja, okay. Ja, Nicole Kidman. Ja, ja, das sind die offensichtlichen. Gwyneth Paltrow vielleicht. Ja. Jennifer Aniston ist schon zu jung. Nee, Jennifer Aniston, hatte ich auch überlegt, ist für mich aber hauptsächlich brünett. Irgendwie. Ja, die ist so ein Gemischmasch, ja, das stimmt. Cate Blanchett ist irgendwie, die passt nicht, die ist zu elegant. Die ist zu elegant. Ja, die ist zu apart. Black Lives Matter wäre vielleicht gut. Die Frau von... Ryan Reynolds. Von Ryan Reynolds. Ich hab noch an Laura Linney gedacht. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Von Ozark zum Beispiel. Ach so, ja, ja, ja. Oder auch von... Laura Linney. Ja, klar, weiß ich, wer das ist. Ja, sicher. Die ist so... Die hat so was Strenges. Heißt das nicht Rosamund Pike? Nee. Das ist Laura Linney. Okay. Also bin ich mir sehr sicher. Stimmt, die finde ich auch... Cameron Diaz könnte noch gehen. Ja, die wird natürlich direkt vorgeschlagen, wenn du Blonde Actresses googlest. Ich hätte noch Charlize Theron vielleicht gedacht. Ja. Ja, ist auch gut. Kidman hast du schon gesagt. Ja, die ist gut. Charlize Theron, das ist gut. Die ist auf jeden Fall tough. Ja, das passt. Und dann habe ich noch an Bevel Heels 90210. und an Jenny Garth gedacht. Lebt die noch? Ja, die lebt noch. Shannon Elizabeth hatte, glaube ich, Brustrex. Ach ja, ja. Die lebt auch noch. Ja, von Charter. Und hier habe ich noch zwei... Shannon Doar, wie meinst du? Ja, ich habe Shannon Elizabeth gesagt, ne? Ja. Ja, Shannon Doar hat die, meine ich. Elisha Cuthbert geht auch... War das die von Species? Ja, und von... Nee, das ist Nastassia Henstrich. Cuthbert ist die Tochter von Jack Bauer in 24. Girl next door in 24, genau. Ja, genau. Stimmt. Stimmt, stimmt. Ich habe noch zwei Rollen dazugenommen hier, weil ich einfach über ein Bild gestoßen bin und gedacht habe, das könnte er her sauerlich sein. Okay. Und zwar in seinem heutigen Alter, also wenn er sauerlich ja mutmaßlich in 40 Jahren ist er schon 80 ist, und zwar William Shatner, so wie er jetzt aussieht. Oh, okay, okay. Fand ich irgendwie gut. Das finde ich gut, ja, ja. Und Kommissar Glockner habe ich vier Leute, die alle unterschiedlich sind, aber alle passen könnten. Okay, jetzt bin ich gespannt. Patrick Stewart. Also Jean-Luc Picard. Oh, so will es so gehen. Okay, okay, ja. Don Johnson. Miami Vice. Also der hat auf jeden Fall was Cooles. Harrison Ford. Ja. Oder Liam Neeson. Ah, Liam Neeson, da habe ich mir gedacht, dass der kommt, ja. Ich hätte jetzt noch gedacht, dass du entweder Clint Eastwood sagst oder Liam Neeson. Ja, Clint Eastwood ist zu, der ist zu, zu verknöchert, zu, der ist so. Ja, der ist so böser. Ja, der ist so grantig irgendwie immer. Also mit dem verbinde ich immer jemanden wütenden irgendwie. Das sind die anderen. Also Liam Neeson hat ja was. Ich meine, der ist ja. Der ist nett. Der ist nett, aber der ist halt trotzdem mit 65, er ist irgendwie Actionstar geworden. Also der ist zwar nett, der kann dich aber auch mit zwei Fingern töten. Das stimmt. Und der findet dich. Der findet dich. Überall. Der weiß nicht, wer du bist. Aber der findet dich. Ja, das stimmt. Ja, das wäre so die, wenn die Sachen, die ich mir so rausgeschrieben hatte und ich gedacht habe, okay, aber. Das finde ich gut. Da hätte man eine Sonderfolge, da hätte man eigentlich eine Einzelfolge mitmachen müssen. Aber das Blöde ist natürlich, die Leute müssen jetzt natürlich auch erstmal checken, okay, wer ist denn überhaupt wer? Genau. Wir sind ja so ein bisschen filmmäßig auch unterwegs. Aber wenn man das einmal gemacht hat, also nehmt euch, okay, jetzt ist es natürlich zu spät in der Folge, hätten wir vielleicht am Anfang sagen sollen, nehmt euch ruhig irgendwie noch ein Handy, ein Tablet, ein Computer, was auch immer ihr habt, um ins Internet zu gehen und schaut direkt die Namen parallel nach. Genau. Weil da werden euch, also da fallen euch die Augen aus dem Kopf. Wirklich, die Sachen passen teilweise eins zu eins. Vielleicht habt ihr aber auch noch viel bessere Vorschläge, Schauspieler, an die wir jetzt gerade gar nicht denken. einfach unter die Folge posten, den Namen, dann googeln wir das und gucken dann, wer da passen würde. Da sind bestimmt welche dabei und ich weiß nicht, ob man heutzutage schon einfach mit KI sagen kann, ja, in so und so vielen Jahren, doch, das geht. Kreiere mir bitte Patrick Stewart als Kommissar Glockner. Ja, das wird so schwierig, glaube ich, aber ja. Aber dann können wir natürlich auch noch eine Story daraus machen und dann legen wir die beiden mal nebeneinander jeweils. Also jetzt zum Beispiel, also zum Beispiel jetzt die Hauptcharaktere mit den deutschen Schauspielern und dann einmal mit den Hollywood-Stars. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich finde es bei Deutsch tatsächlich schwieriger, weil ich nicht so viele deutsche Schauspieler kenne. Da sind mit Sicherheit ganz viele bei euch drunter noch, die sagen, ja, entweder sieht der Synchronsprecher genauso aus oder würde gut in die Rolle passen. Oder ich kenne da noch einen viel besseren. Ja, mit Sicherheit. Sag ich euch dann, kommentiere den dann und let's go. Denke ich auch. Okay, ich würde sagen, damit haben wir eine kleine Was-wäre-wenn-Folge abgeschlossen. Ja, super. Die werden wir dann auch irgendwann in der Zukunft veröffentlichen. Wenn euch das Format gefällt, sagt uns Bescheid. Wenn ihr andere Ideen habt für Was-wäre-wenn-Folgen, postet das einfach unten drunter. Wenn uns das gefällt, dann machen wir das einfach. Es muss auch nicht immer Was-wäre-wenn sein, ihr könnt uns auch sonst sagen, was ihr rund um TKKG von uns hören wollt. Wie gesagt, mit den Filmen und der TV-Serie beschäftigen wir uns. Das haben wir auf dem Schirm. Aber vielleicht gibt es ja von euch irgendwelche Ideen, irgendwelche Sachen, an die wir gar nicht denken. Wir sind da immer für Vorschläge offen, denn wir wollen euch natürlich auch ein bisschen mit dem versorgen, was euch gefällt. Wobei es uns natürlich auch gefallen muss. Wenn wir eure Ideen für nicht umsetzbar halten oder für zu, weiß ich nicht, nicht passend für uns beide, dann machen wir sie halt nicht. Aber Fragen kostet nichts. In erster Linie natürlich für euch, weil der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. In diesem Sinne, bis später, Silie. Oh Gott.